Herzlich Willkommen zur Top 10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Hallo und herzlich Willkommen hier wieder mal zur Hitparade bei Pearl TV. Und zwar zur Top 10, die 10 beliebtesten Artikel der letzten Woche. Und da muss ich sagen, ich war richtig überrascht. Da sind ganz ganz neue Dinge dabei. Also wir sehen, da tut sich auch mal was. Ein paar, aber ganz wenige alte Bekannte sind drin. Aber natürlich jahreszeitbedingt natürlich viele Artikel, die jetzt zum Sommer passen. Aber ich möchte Sie nicht länger auf die Volltag spannen. Ich möchte Ihnen nur sagen, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hier beginnen wir jetzt mit unserem Platz Nummer 10. Ja, und Sie haben vielleicht die meteorologischen Aussagen gehört. Der Juni war wesentlich feuchter als in den Jahren zuvor. Es gibt immer so ein Vier-Jahres-Mittel, was die Wetteranalysen gibt. Und da ist einfach viel zu viel Regen gefallen. So, jetzt ist es natürlich warm. Wir haben Wasser. Und das ist die Grundvoraussetzung, damit die kleinen Plagegeister eben rausschlüpfen. Die kleinen Stechmücken habe ich mir sagen lassen. Die haben gerade mal eine Woche nach dem Schlüpfen, bis sie wieder geschlechtsreif werden. Dann legen die 80, 90 Eier und die Brut kommt auch wieder. Und wo wollen die alle hin? Die kleinen Stechmücken und die großen Mücken zu Ihnen nach Hause. Und hier ist ein Artikel, den ich mir gleich im Frühjahr zweimal installiert habe. Ich habe nämlich zwei große Balkontüren. Im Schlafzimmer eine, im Wohnzimmer eine. Und zwar dieses Premium-Fliegen-Netz. Und ich möchte es nicht mehr missen. Wir sehen die Anbringung ganz, ganz einfach. Und zwar haben wir so kleine Klettverschlüsse und kleine Nägelchen. Mit denen, je nachdem, was man eben für einen Untergrund hat, hinten macht man sie fest. Und dann sehen Sie, einfach nur zentriert diesen Bügel hier. Und dieser Bügel in der Mitte, der hat es in sich. Weil hier ist komplett durch ein Magnet. Und das heißt jetzt, ich kann jederzeit rein und raus. Auch Haustiere können das, aber hinter mir ist sofort wieder zu. Und ich bin wirklich total begeistert davon. Ich zeige es Ihnen jetzt auch gleich mal, wenn man durchläuft, was denn hier passiert. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Angenommen, da draußen wäre mein Balkon. Also gehe ich raus auf den Balkon und schauen Sie, was passiert. Hinter mir sofort wieder zu. Das heißt, die Mücken bleiben draußen. Was schön ist, es ist trotzdem transparent hier. Also Sie sehen mich trotzdem durch. Und genau so ist es natürlich auch bei Ihnen zu Hause. Auch wenn Sie die Hände voll haben, kein Problem. Auch mit vollen Händen, weil Sie brauchen ja die Hände eigentlich gar nicht. Ich nehme sie jetzt zwar mal als Hilfe, aber Sie sehen sofort wieder zu. Da bis unten keine Fliege hat irgendwie die Chance. Ich habe am Anfang noch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe neben dem Balkon noch ein Fenster. Ja, das haben Sie wahrscheinlich auch. Und das habe ich gekippt. Da sind noch drei, vier Mücken reingekommen durchs Kippen. Aber da habe ich jetzt auch einfach ein Fliegennetz installiert. Also auch hier Fenster kein Problem. Und es ist doch herrlich, wenn man ja jetzt gerade im Sommer abends bei diesen wunderbaren Temperaturen mal alle Türen und Fenster aufmachen kann. Ohne die Angst zu haben, dass eben diese kleinen Stechmücken kommen oder auch die großen normalen Fliegen. Weil man erfährt erstmal was für Macht kleine Tiere haben, wenn mal eine so kleine Stechmücke bei Ihnen nachts im Schlafzimmer um Ihr Ohr schwirrt. Sie kennen dieses Geräusch und das kann ich hier eben vermeiden. Ich habe es gerade von der einfachen Anbringung gehabt. Hier sehen Sie es, wie einfach das ist. Hier genauso innen anbringen, wenn die Tür nach außen geht, aber außen anbringen, wenn die Tür nach innen geht. Das ist klar. So müssen Sie es handhaben. Aber ich habe für meine zwei Fliegennetze, mein Sohn hat mir noch ein bisschen geholfen, haben wir keine zehn Minuten gebraucht, um beide bombensicher zu installieren. Jetzt entweder mit den Klettverschlüssen oder mit kleinen Nägelchen, die sind auch dabei, oder mit beidem. Je nachdem, wie es bei Ihnen hält. Bei vielen reicht natürlich schon der Klettverschluss. Aber das müssen Sie einfach ausprobieren. Wunderbar ist, ich kann es dann auch jederzeit ohne Probleme wieder abmontieren, wenn es mich im Herbst stört. Da kommen nicht mehr so viele Fliegen. Ich kann es aber auch das ganze Jahr ohne Probleme hängen lassen. Und das ist so ein hundertprozentiger Schutz, nicht ein bisschen Schutz vor Fliegen und Plaggeistern. Das ist hundertprozentig. Hier, durch diese Engmaschigkeit kommt mit Sicherheit keine Fliege, keine Mücke, kein Störgeist durch. Und auch wenn Sie Haustiere haben, die gerne mal nach draußen gehen und die das auch dürfen, kein Problem. Das können Sie denen beibringen und einfach mal mit einem Leckerli zeigen. Und die werden es innerhalb von fünf Minuten begreifen, dass man hier durch das an sich für Tiere geschlossen aussehende Fliegennetz hier durchgehen kann. Ich zeige es Ihnen nochmal. Auch Ihr Hund wird das begreifen. Ihre Katze noch ein bisschen schneller. Und es ist sofort wieder geschlossen. Ganz egal, in welche Richtung ich rein oder raus will. Das ist so einfach. Dank natürlich dieser Premium-Qualität und dank diesem von oben bis unten laufenden Magnetstreifens hier. Geht das sofort lückenlos. Aber ich kann hier jetzt auch eine Lücke reinmachen, sehen Sie. Lückenlos zusammen geht sofort wieder. Und das kriegen Sie mit der NC 8846 und der 569. Für mich ein sensationeller Artikel für kleines Geld. 18,91 Euro. Und ich glaube, viele haben schon schlechte Erfahrungen mit Fliegen gemacht dieses Jahr. Und es wird noch schlimmer werden. Ganz klar durch die hohe Feuchtigkeit, durch die höhen Temperaturen. Die Mücken kommen dieses Jahr wahrscheinlich mehr als je zuvor. Und hier können Sie sich eben bestens schützen. So, Nummer 10 schon mal hervorragend von mir. Eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Wenn Sie es mal sehen wollen, lade ich Sie zum Kaffee ein. Kommen Sie mal bei mir vorbei. Ich zeige Ihnen, wie einfach das zu montieren ist. Aber wir machen weiter mit sensationellen Produkten und kommen zu Platz Nummer 9. Ja, und hier kommen wir zu einem absoluten Hightech-Produkt. Ja, das Sicherheitsbedürfnis steigt immer mehr an. Das ist ganz, ganz klar. Ganz einfach, schon allein wegen der Einbruchsstatistik. Wir haben letztes Jahr, also 2015, 167.137 registrierte Einbrüche gehabt. Das gilt für Wohnungen als auch für Häuser. Und hier habe ich jetzt mal ein 100% sicheres Überwachungssystem, das ich nutzen kann, wenn ich zu Hause bin. Das ich aber auch jederzeit nutzen kann, wenn ich nicht zu Hause bin. Sie sehen es, der Monitor. Vier Kameras sind schon im Lieferumfang enthalten. Und das alles kriegen wir hier für ganz vergleichweise kleines Geld. Jetzt müssen wir schauen. Hier haben wir einen Monitor, der übrigens auch akkubetrieben ist. Aber ich stelle den eigentlich ans Netzteil. Und dann haben wir vier Kameras, die ich jetzt beliebig, wirklich beliebig installieren kann im Radius um dieses Empfangsteil von 150 Metern. Jetzt hat man früher solche Hochleistungsüberwachungssysteme, hat man nur an Luxuswillen vorzüglich in Hollywood oder ähnlichem gesehen. Warum? Ganz einfach. Es war wahnsinnig schwierig, solche Anlagen zu installieren. Heutzutage ist das nicht mehr so. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert. Weil hier haben wir Funkübertragung. Sie sehen hier diese kleinen Antennen und Sie sehen diese. Und 150 Meter Reichweite. Und ich muss jetzt einfach nur einstecken in den Strom. Wir haben lange Kabel dabei. Also irgendwo Strom hernehmen. Innen oder außen. Die sind also auch wasserfest, diese Kameras. Und dann ist es installiert. Sie sehen jetzt, wir haben alle vier Kameras schon dran. Das sind die vier. Ich bewege die mal ein bisschen, dass Sie sehen, dass das die vier sind. Aber ich möchte Ihnen auch zeigen, einfach mal, wie schnell man das installieren kann. Ich stecke jetzt einfach mal eine Kamera aus. Jetzt geht es nur um den Netzstecker, den ich rausziehe. Jetzt fällt gleich eine aus. Sehen Sie? Die hier. So und jetzt sehen wir hier den Netzstecker. Das ist das einzige, was ich reinstecke. Sonst haben wir gar kein Kabel dran. Und das stecke ich jetzt wieder rein. Und jetzt bitte ich die Regie nochmal auf den Monitor zu gehen. Moment. Jetzt ist er drin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun Sekunden. Also wenn Sie es irgendwo installieren, bis Sie am Monitor sind, werden Sie länger als neun Sekunden brauchen. Das heißt, so schnell ist das verbunden. Und jetzt müssen wir uns auch die Kameras mal im Einzelnen anschauen. Bewegungsmelder. Ich kann also die Kameras so programmieren, jede einzelne übrigens, dass sie auf Bewegung reagiert und dann sofort die Aufnahme startet auf meinem Monitor. Hier sehen wir die Linse und natürlich auch noch Infrarotlichter. Das heißt Infrarot-LEDs. Auch bei Nacht reagiert Bewegungsmelder und dann durch die Infrarot-LEDs auch da eine gestochen scharfe Aufnahme. Nämlich in HD-Qualität. Und damit entgeht Ihnen überhaupt nichts. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, also wir haben zu Hause jetzt schon mal hundertprozentige Überwachung. Auf dem Hauptteil, auf dem Monitor wird, sobald ich das möchte, entweder manuell oder per Bewegungsmelder die Aktion, die passiert, aufgezeichnet. Und so habe ich immer wieder Beweisvideos. Wenn irgendwas wäre, wenn irgendwas passiert ist, gleichzeitig ist dieses komplette System WLAN fähig. Das heißt, das binde ich jetzt in mein WLAN ein. Und wenn ich den Bewegungssensor aktiviert habe, dann bekomme ich jetzt auf mein Smartphone sofort eine Nachricht, sobald der Bewegungssensor aktiviert wird. Und dann sehe ich auch auf meinem Smartphone, was zu Hause los ist. Zwei Wege Audio heißt hier, ich kann jetzt über mein Smartphone am Ende der Welt denjenigen, der den Bewegungsmelder ausgelöst hat, ansprechen. Hallo, was wollen Sie? Oder wenn es Nachbars, Hund oder Katze ist, kann ich es ignorieren. Aber das ist hundertprozentige Sicherheit und eben Sicherheit von Ihrem Heim für jetzt wirklich verdammt kleines Geld. 598,41 Euro. Solche Anlagen waren früher unter 10.000 DM nicht zu haben. Hier sehen Sie, was wir da für ein Schnäppchen machen. Also das ist unser Platz Nummer 9. Sicherheit für Sie zu 100 Prozent, weil erstens mal die abschreckende Wirkung natürlich und dann natürlich auch noch die Aufzeichnung, wenn wirklich was passiert. PX 37,95 und die 569. Jetzt haben wir ein bisschen Platz gemacht. Das brauchen wir nämlich für unser nächstes Modell. Und jetzt kommen wir, wir gehen heute wieder durch alle Belege. Ich sag gar nicht, was kommt. Doch, Platz Nummer 8. So, und hier haben wir was. Erstens mal eine Liege. Ja. Dann kommt eine Luftmatratze drauf. Dann kommt ein Schlafsack, den ich auch ohne Probleme als Decke benutzen kann, drauf. Da ist er. So, wir werden sich immer noch wundern, worauf will er hinaus. So, jetzt auspacken. Jetzt wird es nochmal interessant. Ein Kissen ist dabei. Alles, was Sie jetzt sehen, ist ein Produkt und ein komplettes Zelt. Jetzt haben wir ein 4 in 1 Zelt. Für alle, die gerne draußen sind, die gerne campen, ist das sensationell. Sie schlafen fast wie im eigenen Bett und das mitten in der Natur. Also, hier für alle Campingfreunde. Wir kennen das, wenn es mal regnet und man hat auch ein Zelt auf dem Boden zum Beispiel. Ja, morgens ist der halbe Boden eingenässt. Auch wenn er wasserdicht ist, es läuft durch den Reißverschluss oder ähnliches rein. Das ist unser absolutes Highlight und im Moment natürlich auch sehr, sehr gefragt. Klar, die Jahreszeit, die haben wir dafür und die Temperatur auch. Ja, also das ist Highlight. Sie sehen, wie einfach das aufzubauen ist. Und ich gehe jetzt auch mal hin, weil unser Set hat schon aufgebaut. Sie haben ja gesagt, 10 Minuten braucht man maximal. Hier steht unser Zelt und Sie sehen auch Füßen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade gesagt habe mit dem Wasser. Wenn es jetzt wirklich mal regnet, läuft das Wasser unten durch. Sie bleiben trotzdem trocken. Hier, das Zelt geschützt durch einen Reißverschluss, den ich natürlich auch von innen ohne Probleme öffnen kann. So, und jetzt machen wir mal komplett auf. Das kann ich natürlich hier per Klett und auch per Reißverschluss nochmal öffnen. Sie sehen, jetzt legen wir das mal auf die Seite. So, und auf die andere Seite auch. Da ist Klett in der Mitte, damit es auch richtig dicht ist. Und jetzt gehen wir ganz rum. Und jetzt habe ich eben mein komplettes Zelt. Schlafsack, Matratze, Luftmatratze, alles mit dabei. Einfach aufzubauen. Und ich nehme jetzt auch mal Platz. Und das ist auch wirklich für Leute von meinem Kaliber bestens geeignet. Jetzt nachts schlafen übrigens auch noch mit einer Zusatzoption. Denn das Netz, das Zelt hat Fenster. Aber diese sind mit einem Art Moskitonetz geschützt. Das heißt, sie sind da drin auch sicher vor kleinen Plagegeistern. Also für mich ein absolutes Camping-Highlight für Leute, die gern unterwegs sind. Und wenn wir uns das nachher mal anschauen, wie das zusammen eingepackt aussieht. Wenn ich es wieder abgebaut habe, da werde ich auch maximal 10 Minuten dafür brauchen. Dann ist das einfach ein kleines Täschchen. Ein wirklich, also im Vergleich, man kann es fast nicht glauben, wie klein das zusammengebaut wird. Und dann hat es ein Gewicht von gerade mal 11,3 Kilo. Das komplett, was Sie hier sehen. Übrigens eine Luftpumpe ist auch schon dabei für die Luftmatratze, dass ich das mit wenig Aufwand. Also wenn ich mir das anschaue, zu diesem Preis, sensationell. Und das muss ich als Camping-Freund einfach haben. Es ist ein Zelt für Outdoor-Freaks, aber für Leute, die es doch sagen, kommt ein klein wenig Komfort. Ist auch beim Zelten nicht schlecht. Also am besten durchdacht fand ich, und ich kann mich noch an mein letztes Zelt erinnern. Ist schon ein bisschen her. Aber da waren wir, ich kann es Ihnen genau sagen, das war im Klostertal. Ich war beim letzten Open-Air der Klostertaler. Und da haben wir auf einem Reihenfeld, der wurde umgebaut vom Campingplatz, 50.000 Leute damals da. Und ich hatte so ein Zelt. Und das hatte einen klar wasserdichten Boden, aber es hat stark geregnet dort an diesem Wochenende. Und das hieß, das Wasser lief über den Boden rein in mein Zelt. Ich war morgens pitschnass, das ganze Wochenende hat es geregnet. Ich bin versunken im Matsch. Also es war schon ein bisschen anstrengend. Aber das wäre mit diesem hier nicht passiert. Durch diese Füße, die wir haben. Dann natürlich auch die komfortable Liege. Da wird Ihnen kein Rücken wehtun. Nichts. Es ist ein absolutes Highlight dieses Zelt. Da sehen wir die Fenster, die ich jederzeit auch gesichtdicht machen kann. Also ein 4 in 1 Zelt, was ein unbedingtes Muss ist für Leute, die gerne mal draußen in der freien Natur übernachten. Mit der NC 8835 und der 569 kommt dieses 4 in 1 Zelt zu Ihnen. Gerade mal 11,3 Kilo. Komplett schwer. Die Liege, die Luftmatratze, das Kissen, das Zelt natürlich. Und der Schlafsack, den ich auch komplett aufmachen kann. Und das Ganze für unter 150 Euro. Für mich ein Sensationspreis. Schlagen Sie hier zu. So, jetzt gehen wir aber wieder weg vom Camping. Wir bleiben aber noch ein bisschen draußen. Und kommen zu unserem Platz Nummer 7. Ja, hier sehen wir Gras. Um Gras geht es nicht. Und auch nicht um die Wiese, sondern es geht um die Aufnahmen. Und um das Gerät, das diese Aufnahmen jetzt gemacht hat. Es ist unser absoluter Bestseller, was zurzeit Modellflieger angeht. Wir haben hier einen Hexakopter. Hexa, griechische Vorsilbe für 6. Also haben wir hier ein 6 Rotoren. Das kennen Sie vielleicht. Wir haben auch Quattro-Copter. Wir haben die Hubschrauber. All das. Und was wir hier natürlich gleich sehen, da ist eine Kamera integriert in unserem Hexakopter. Und das ist auch denkbar einfach zu montieren. Ich zeige es Ihnen gleich hier, oder wie ich die anschalten kann. Ich zeige es Ihnen auch gleich, wenn wir den Hexakopter dann auch mal sehen. Live-Bilder, Aufnahmen jederzeit. Und ich schalte jetzt unseren Hexakopter mal ein. Da unten ist so ein kleiner Schalter. Sehen Sie, jetzt blinkt er ganz grob. Jetzt mache ich aber mal unsere Fernbedienung noch an. Und jetzt verbindet er sich mit der Fernbedienung. Sieht man schon am Blinken. Er ist wesentlich kleiner. Und wenn wir jetzt mal auf die Fernbedienung gehen, schalte ich auch die mal ein. Die Fernbedienung ist schon eingeschaltet. Funkkontakt ist jetzt vorhanden. Jetzt haben wir hier oben aber noch einen kleinen Monitor. Und den schalte ich jetzt auch mal ein. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe... Bin ich jetzt richtig? Moment, immer über Kopf. Das ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb machen wir es jetzt an. Jetzt zeige ich es Ihnen. Jetzt ist er geladen. Und jetzt wird er in wenigen Sekunden hier die Verbindung schaffen. Da ist er. Die Verbindung zu unserem Hexacopter. Und jetzt sehen Sie das Live-Bild des Hexacopters. Ich drehe ihn auch mal ein bisschen. Sofort auf dem Bildschirm. Können übers Menü hier jederzeit auch Fotos oder Videos drehen. So, das ist schon mal das, was wir am erstes gesehen haben. Also mit diesen Aufnahmen. Aber es ist einfach ein High-End-Fluggerät. Ich muss den Hexacopter noch mal in die Hand nehmen. Weil das ist schon auf den ersten Blick kein kleines Spielzeug. Das ist richtig massiv. Eine fast über 500 Gramm schwere Drohne. Hexacopter. Sechs Rotoren. Über einen halben Meter hier. Spannweite. Und damit kann ich Flugmanöver machen. Die je nach meinem Standard, also nach meinem Übungsgrad, sensationell sind. Ich muss natürlich am Anfang ein bisschen üben. Flugstabilität. Die ist hier schon mal absolut gewährleistet durch diese sechs starken Rotoren. Auch die Stabilität ist sensationell. Weil wir haben hier Alustreben und nicht irgendwie Plastik. Und das Ganze mit hochwertigstem ABS-Kunststoff hier gepaart. Fernbedienung hier. Eine Reichweite. Und die finde ich sensationell. Von 500 Metern. Es könnte sein, dass das Videobild nach knapp 400 Metern nicht mehr erreicht. Da ist es also aber bis 400 Meter mit Live View und dann natürlich ab dort Fliegen auf Sichtkontakt. Aber es ist schön, wenn ich hier mal fliegen kann und mich fühlen kann wie der Pilot. Weil ich brauche eigentlich gar nicht auf den Hexacopter zu schauen. Weil ich sehe durch die Kamera und den Live View auf der Fernbedienung die Sicht des virtuellen Piloten. Also hier mal ein Flugsimulator, aber in echt. Aber ganz wichtig, das ist ein Outdoor-Gerät. Sie werden keine Freude haben, wenn Sie das im Wohnzimmer probieren. Ihre Frau noch weniger. Weil das ist einfach zu groß und fliegt auch viel zu schnell und zu hoch dafür, als dass man es üben könnte im Wohnzimmer. Also rausgehen und dann mal üben, 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 üben. Die Vierkanal-Fernbedienung lässt hier einiges zu an Flugmanövern. Flips, Loopings, Drehung um die eigene Achse, Driften nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Autopilot haben wir übrigens auch sogar zwei. Nämlich einmal, um die Flughöhe zu halten. Wenn Sie sich auf Fotos oder Filmen konzentrieren wollen, können Sie das dann zu 100% machen. Und einmal auch über die Fernbedienung eine Rückholautomatik. Das heißt, hier unser Hexacopter findet dann automatisch die Fernbedienung wieder. Sie natürlich nicht, weil Sie haben keine elektronische Verbindung, sondern der kommt zurück zur Fernbedienung. Und das ist ein Gerät, was in vergleichbarer Qualität gern mal 500, 600 Euro kostet. Heute bei uns zum TV-Sonderpreis 284,91 Euro mit der NX 1340 und der 569. Und da ist wieder der Traum vom Fliegen. Der wird wahr. Das, was wir bei uns in unserer Kindheit, liebe Herren, nicht leisten konnten, das können wir uns heute leisten. Und das ist ein Fluggerät der Superlative. Gern mal mit Kindern oder mit Enkeln raus und fliegen lassen. Es ist sensationell. Und auch wenn man allein irgendwo unterwegs ist, man ist nicht lange allein, glauben Sie mir, mit so einem Fluggerät kommen von links und rechts viele Neugierige, die einfach mal sehen wollen, was sie da für ein fantastisches Fluggerät haben. So, Sie sehen, es geht heute wirklich in alle Bereiche. Und wir bleiben jetzt bei was ganz, ganz Ähnlichem, sage ich, und kommen zu unserem Platz Nummer 6. Denn auch hier geht es um Kameraaufzeichnung. Im ersten Moment jetzt wieder irreführend. Was haben wir denn da? Ja, wir haben einen Autoreifen. Aber diese Aufnahmen, die sind jetzt mit einer 4K-Kamera aufgenommen, die ganz einfach am Auto auch zu befestigen ist, weil wir haben jede Menge Befestigungsmaterial dabei. So kann ich diese 4K-Actioncam jederzeit überall hier natürlich einsetzen. Auf dem Auto, auf dem Motorrad, Fahrrad, am Arm. Ich kann auch einfach in die Hand nehmen und das ist sensationell. Und jetzt 4K. Das ist noch ein bisschen erklärungsbedürftig, weil 4K könnte man meinen ist jetzt der Name der Kamera. Nein, das ist das Bildsystem, die Schärfe. Das 4K ist viermal so scharf, also viermal schärfer als HD. Also da entgeht einem nichts. Das hier ist die Kamera. Das ist das Hauptteil. Dieses kleine Teil, was ich übrigens, wenn ich es dann fest montiert habe, auch mit meinem Smartphone verbinden kann. Und die Bilder, die hier jetzt gefilmt werden, direkt auf dem Display anschauen kann. Oder dann eben auch auf dem Smartphone. Sensationell finde ich auch das Zubehör. Ich zeige Ihnen mal komplett das Zubehör. Ich lege das nochmal aus der Hand. Da kommen wir gleich dazu. Dann sehen wir hier eine Tafel mit kompletten Zubehör. Halterungen für wirklich alles. Von den Kabelbindern ist dann alles gedacht. Hier haben wir einen Zusatzdeckel zum Abdichten. Hier verschiedene Klemmen, um die an Lenkern oder an Helmen oder an Armen zu befestigen. Und das ist schon mal sensationell. Vollkommen so, wie Sie es jetzt sehen, im Lieferumfang enthalten. Und natürlich auch im Lieferumfang enthalten hier dieses kleine Teilchen. Das sieht unscheinbar aus. Ist aber wichtig, gerade wenn ich es irgendwo montiere. Sie sehen, einfach reinlegen, zumachen und dann hier sichern. So, und jetzt habe ich eine, erstens mal ist es weiterhin bedienbar, auch per Knöpfen. Das sehen Sie hier. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, hier wasserdicht zu filmen. Da sehen Sie die Halterung. Jetzt festmachen, Motorrad, Auto, Helm, ganz egal wo. Oder auch am Arm und dann mal unter Wasser gehen. Weil dieses Gehäuse ist wasserdicht bis 30 Meter Tauchtiefe. Und das muss man sich mal vorstellen. Also hier auch mal tolle, tolle Aufnahmen unter Wasser machen. Jetzt hoffe ich, wir sehen ein paar Unterwasseraufnahmen. Ist jetzt halt nicht das Meer von Ägypten. Aber hier sehen wir auch Überwasser, Unterwasser. Tolle, tolle Qualität. Actioncamps natürlich wirklich sehr, sehr gefragt. Vor allem bei jungen Leuten, die halt ganz verrückt sind. Die hier mal Skydiving machen, Bungee Jumping, Fallschirm springen. Aber auch bei den Normalbürgern wird es immer beliebter. Weil ich kann in Situationen Filme machen, die ich sonst nicht habe. Und das in allerhöchster Qualität. Ob es beim Schwimmen ist, beim Tauchen. Also ich habe einmal, oder ich kenne auch Freunde, die das regelmäßig machen. Tauchurlaub in Ägypten. Und da ist es ja sensationell, was ich hiermit für Aufnahmen machen kann. Diese Riffe, wo wirklich nur zwei, drei Meter tief sind, wo man sogar schnorcheln kann. Da kommen Bilder in den Kopf, die man eigentlich nie vergisst. Aber hier kann ich sie nochmal fixieren. Und zwar auch mal meinen Verwandten, meinen Bekannten zeigen, wenn ich wieder zurück bin. Zusätzlich haben wir zwei tolle, tolle Funktionen. Nämlich einmal Zeitraffer. Ich kann den einschalten in verschiedenen Zyklen. Also hier haben wir bei Full HD haben wir 24 Bilder pro Sekunde. Das ist schon sensationell. Hier kann ich jetzt einstellen mit dem Zeitraffer-Modus, dass wir ein Bild pro 60 Sekunden machen. Zum Beispiel. Also die Zyklen sind verschieden. Und dann kriegen Sie zum Beispiel vom Wetter oder von einer Blume oder vom Sonnenaufgang, vom Sonnenuntergang einen Zeitraffer-Film. Andersrum können wir auch genauso Zeitlupe filmen. Auch das ist hier mit drin. Und ich weiß, dass solche Camps gerne mal 300, 400 Euro kosten. Zubehör meistens nochmal extra. Aber hier haben wir wieder ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis mit 123,41 Euro. NX4224 und die 569, das ist die Bestellnummer für unsere 4K-Action-Camp. Und da muss man gar nicht so viel Action machen. Übrigens beste Qualität, Sie sehen es nochmal, da steht es ein 16 Megapixel Sony-Sensor. Ist auch noch verbaut. Wasserdicht bis 30 Meter und somit sensationell wirklich für alle Aktivitäten. Kanu fahren, Riverrafting, Ruderboot, schwimmen, einfach schwimmen, tauchen. Und dann natürlich auch mal beim Motorradfahren gestochen scharfe Aufnahmen machen. All das ist damit möglich. Jetzt haben wir schon Halbzeit und machen wir auch gleich weiter. Und da gucken wir mal, was weiterkommt. Wir gehen in einen ganz anderen Bereich, kommen zu unserem Platz Nummer 5. Und hier können wir sagen, es ist nicht immer nur drin, was draufsteht. Hier steht nämlich drauf Fensterputzroboter. Aber Sie sehen hier kein Fenster, sondern hier wird gleich mal angesetzt mit einer der lästigsten Arbeiten neben Fensterputzen, die ich mir persönlich vorstellen kann. Im ganzen Bad die Fliesen putzen. Eine Fliese nach der anderen. Das macht man, je nachdem wie groß das Bad ist, wirklich auch stundenlang. Und jetzt haben wir hier einen hochintelligenten Fensterputzroboter der dritten Generation. Der ist leiser, der ist noch effektiver, der ist intelligent. Und der putzt jetzt alle ebenen Flächen im Prinzip innerhalb kürzester Zeit. Und wir schauen uns den auch mal an. Hier steht er genau so, wie wir ihn gerade im Film gesehen haben. Aber interessant wird es natürlich unten. Das haben wir gerade nicht gesehen. Hier, hoppla, sehen Sie so kleine Löchchen. Und hier arbeitet das natürlich mit Ansaugtechnik. Aber das ist so intelligent gemacht, dass hier auch jetzt gerade, wenn ich den Fliesenspiegel zum Beispiel reinige mit diesen Mikrofaserpads hier, dass auch wenn mal breitere Fugen kommen, der trotzdem bombensicher hält und somit den Fliesenspiegel putzt. Aber gehen wir auch mal weg auf Fenster. Und ich weiß, dass viele die abenteuerlichsten Konstruktionen haben beim Fensterputzen. Weil einfach Fenster oftmals so hoch sind, dass sie außerhalb der Reichweite unserer Arme sind. Dann gibt es Stühle, dann gibt es Hocker, da werden noch zwei Bücher draufgestellt und so weiter. Und sofort brauche ich nicht. Ich setze den einfach an, schalte ihn ein und dann kann ich mit der Fernbedienung ihn fahren lassen. Einfach direkt steuern, da sehen Sie die Pfeiltasten. Oder ich nehme ein vorinstalliertes Programm. Und diese Programme sind wirklich sehr, sehr intelligent. Dank der Sensortechnik, die hier verbaut ist, schafft er sich den intelligentesten und effektivsten Putzweg. Erkennt es, wenn Schmutz ist. Erkennt es, wenn Ränder sind. Und erkennt es auch, wenn die Scheibe auch ohne Rand zu Ende ist. Und das ist das Sensationelle hier. Sie sehen auch Außenfenster. Und es ist immer noch so, die meisten Unfälle passieren im Haushalt und viele davon eben beim Fensterputzen. Gerade draußen ist das also sehr, sehr gefährlich. Und vor allem, es ist lästig und braucht viel, viel Zeit. Es ist für mich eine der schlimmsten Hausarbeiten überhaupt, Fenster zu putzen. Ja, und hier können wir das einfach machen lassen. Für einmalig 284,91 Euro. Und dann werden Ihre Fenster geputzt. Wann immer Sie das wollen, so oft Sie wollen. Und unser Fensterputzroboter, der will keinen Urlaub, der will keine Gehaltserhöhung. Der ist auch nicht am Jammern und sagt, doch, schon wieder Fenster putzen. Und diese Pads, davon sind übrigens, da sehen wir jetzt dieses blaue, davon sind sechs Stück im Lieferumfang enthalten. Das heißt, wenn einer mal schmutzig ist, einfach den nächsten drauf. Und die können wir auch ganz einfach in der Waschmaschine waschen. Und fürs nächste Mal sind sie dann wieder fertig. Auch das Wechseln der Pads ist so denkbar einfach. Es hält hier bombensicher, das sehen Sie. Also so, dass nichts passiert, dass also hier wirklich bestens geputzt wird. Aber mit einem Handgriff im Prinzip, ein kurzer Ruck, ist es weg. Ja, hier sehen wir diese Klettverschlüsse, das G und da entsprechend haltbar. Und jetzt einfach hinlegen und das Pad wieder einmal punktgenau ansetzen. Hier, so, Moment, punktgenau, habe ich gesagt, Ralf. Einmal, so, jetzt sind wir da. Und dann wieder festdrücken. Sehen Sie, das ist alles. Jetzt ist es wieder bombensicher und sofort einsatzbereit. Und dank dieser hochwertigsten Mikrofaser-Pads wird eben auch das Fenster zu 100 Prozent sauber. Also das ist für mich eine der intelligentesten Haushaltshilfen überhaupt, weil ich persönlich Fensterputzen absolut verabscheue. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Dann holen Sie sich einen unserer Bestseller. Sie sehen sie jetzt schon auf Platz Nummer fünf. Und nicht nur fürs Bad, sondern auch für die Kacheln. Und für alles andere ist das natürlich hervorragend. Gerade im Bad oder Duschkabine. Kalk ist da natürlich das Riesenwort. Auch hier bestens geeignet. Wintergärten, Spiegelschränke. Sie kennen das. Die putzt man stundenlang und hat dann immer noch Streifen. Setzen Sie einfach mal den Roboter drauf. Den bekommen Sie mit der NC 3909 und der 569. und der Preis 284,91 Euro. Sehr, sehr nützlich. Eine unglaubliche Erleichterung bei Ihnen zu Hause. Also dieses ist das neueste Modell. Die dritte Generation mittlerweile und dementsprechend auch höchstwahrscheinlich die allerbeste Version. Vom Haushalt, von der Arbeit gehen wir jetzt zum reinen Vergnügen. Weil was anderes ist es nicht. Unser Platz Nummer vier. Es ist der Riesentrend 2016. Elektroscooter. Und Sie sehen hier unsere Jungs und Mädels. Die haben Besenhockey mit dem Elektroscooter gespielt. Also auch da, das kann man ohne Probleme machen. Was ist ein Elektroscooter? Es ist eigentlich ein siehantreibendes Gerät, was unglaublich viel Spaß macht. Man steht drauf und fährt los. Ganz einfach mit Gewichtsverlagerung. Und der Tim ist schon Vollprofi. Obwohl das hier auch erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal drauf gestanden ist. Es ist ein absolutes Highlight. Vielleicht haben Sie es schon ein oder andere Mal in der Fußgängerzone gesehen. Und hier sehen wir das. Tim, könntest du mal anhalten? Abrupt. Da sehen Sie auch Bremsen. Möglich. Vollos fahren. Und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von bis zu zwölf Stundenkilometer. Jetzt sagt der eine oder andere, zwölf Stundenkilometer, ist das wirklich schnell? Ja, als Fußgänger schon. Bei sechs Stundenkilometer circa fangen Sie an zu joggen. Bei zwölf sind Sie schon richtig am Rennen. Aber Sie können natürlich auch in Schritttempo fahren. Das können Sie durch Körperverlagerung hier erreichen. Jetzt kann ich hier nicht nur im Kreis oder geradeaus fahren. Ich kann sogar Pirouetten machen. Tim, du bist ja jetzt schon Profi. Mach mal eine Pirouette. Das ist natürlich nur möglich dank dieser zwei leistungsstarken Elektromotoren, die links und rechts verbaut sind. Zweimal 300 Watt. So, und jetzt sehen wir die überall. Aber Sie müssen mal darauf achten, wenn Sie einen sehen, die meisten, die jetzt gerade sehr, sehr teuer verkauft werden, haben sechs Zoll Räder. Hier haben wir dann noch eins draufgelegt. Acht Zoll. Also nochmal größere Vollgummi-Räder sind das und dann natürlich eine unglaublich robuste Stahlunterkonstruktion und ABS-Kunststoff als Gehäuse mit rutschfestem Aufsatz. Ich habe hier mit einer Akkuladung, wo ich übrigens den Füllstand jederzeit zwischen meinen Beinen sehe. Da sind nämlich so grüne Lichter, die zeigen mir, wie der Akku, wie voll der noch ist. Ich kann mit einer Akkuladung 15 Kilometer weit fahren. Also das ist sensationell. Und gerade, jetzt wenn man ein bisschen älter ist, sagt man, ist vielleicht nichts mehr für mich. Aber Sie haben irgendjemanden, dem Sie das schenken können. Und dann ab diesem Moment sind Sie der Lieblings-Opa, Lieblings-Oma. Jede, den ich bis jetzt gesehen habe oder gehört habe, der so einen Elektro-Scooter gesehen hat, hat gesagt, will ich haben, will ich ausprobieren, muss ich fahren. Bei den Kindern wird es ja noch schlimmer. Also die, die flippen aus, wenn sie so ein Geschenk kriegen. Und wenn jetzt irgendein Geburtstag ansteht, Konfirmation oder sonst was. Das hier ist mehr als ein Volltreffer. Damit wird man wirklich jeden zum Strahlen bekommen. So ein Elektro-Scooter, der absolute Trend. Aber im Normalfall kosten solche Geräte halt wirklich richtig viel Geld. 699 Euro hier die unverbindliche Preisempfehlung. Und Sie sehen, wie gut Tim das schon im Griff hat. Und 284,91 Euro. Und das ist unser Preis heute. Was faszinierend ist, das fasziniert mich sehr. Je jünger man ist, desto einfacher ist es, das zu lernen. Ich habe schon wirklich achtjährige Kinder gesehen, die stehen drauf und fahren los, als hätten sie noch nie im Leben was anderes gemacht. Dann kam es so die 16 bis 18 oder bis 25 Fraktionen. Die probieren zwei, drei Mal und haben es dann auch im Griff. Ich glaube, der Tim ist, glaube ich, schon beim zweiten Mal perfekt, schon fast perfekt gefahren. Ich, alter Esel, bin noch immer im Üben, weil ich noch ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht habe. Aber das kriege ich auch noch hin. Ich brauche halt ein bisschen länger. Ich glaube, da spielt auch der Kopf mit. Je älter man wird, desto mehr Angst hat man vor solchen technischen Innovationen. Aber braucht man gar nicht haben und ich freue mich, wenn ich dann mal so die ersten Runden hier im Studio oder um Studio herum fahre. Er sieht auch noch wunderbar aus. Sie sehen auf den Rädern direkt diese LEDs. Das ist natürlich reine Zierde. Also hier ist einfach nur eine peppige Beleuchtung, aber in der Mitte sind noch zwei LEDs. Und die sehen wir jetzt in grün. Da sehen Sie es vielleicht da. Das Grüne, das zeigt mir den Akkuladestand an. Hier übrigens auch Steigungen bis zu 20 Grad sind hier möglich. Also auch mal ein bisschen bergauf, bergab und bremsen und Gas geben einfach durch die Körperverlagerung. Es macht unglaublich viel Spaß. Also das ist das absolute Highlight für mich, was Freizeit-Trends angeht. Wir kennen diese Elektroroller, wir kennen auch die Segways, aber Elektroscooter, das ist sensationell. Ich kann mir das auch gut vorstellen, zum Beispiel, Sie kennen das in großen Hallen oder bei großen Firmen, wo dann Leute, die viel unterwegs sind, weil sie von Abteilung zu Abteilung gehen müssen, die sitzen oftmals eben auf einem Roller oder auf einem Fahrrad, die einfach mal den Elektroscooter mitnehmen. Und wenn man jetzt nur ohne den Elektroscooter den Tim anschaut, und da bitte ich mal die Kamera, das zu machen, einfach mal ohne Elektroscooter nur den Tim, dann meint man, er schwebt wirklich im Freien. Ja, gucken wir mal, ob wir das gleich hinkriegen. Kamera, nicht den Elektroscooter, nur den Tim, nur den Tim, wie er fährt. Und dann sehen wir das, da meint man, er schwebt vorbei. Und Sie bekommen diesen Elektroscooter mit der NX 9016 und der 569 und die 284,91 Euro. Ein wirklich sensationeller Preis. Und hier sehen wir das draußen nochmal. Nebenher auch gern Getränk trinken, hier in Schrittgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, bis zu 12 Stundenkilometer schnell dank dieser zwei Motoren. Zweimal 300 Watt starke Elektromotoren. Wie gesagt, 15 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung. Und wenn Sie mal überlegen, wie weit man laufen muss, um 15 Kilometer hinzubekommen, dann wissen Sie, was das für eine enorme Akkureichweite ist. Unser Platz Nummer 4, Tendenz absolut steigend. Deshalb bin ich mir da auch wieder sicher, dass wir relativ schnell ausverkauft sein wird. Aber es wird eine neue Lieferung kommen, die ist auch schon geordert. Aber jetzt ist er noch lieferbar, also schlagen Sie zu. So, jetzt kommen wir zu unserem Treppchen. Bronze-Medaille würde ich jetzt im Olympiastatus sagen. Aber wir sind ja hier einfach bei Pearl, bei den Top 10. Hier kommt Ihr Platz Nummer 3. So, und jetzt wird die Damenwelt, aber auch manche Herren sehr laut ausatmen. Denn das ist wirklich sensationell. Es ist Haarentfernung ohne Schmerzen, ohne Aufwand. Und das lang anhaltet. Ich muss jetzt, ich muss mal sagen, also ich bin, ich persönlich auch als Mann, bin begeistert davon, wie einfach das geht. Und das Ganze dank Thermotechnologie in drei Stufen, je nachdem, was man Haare hat. Und ich habe diesen Haarentferner schon mal vorgeführt. Ich habe jetzt an dieser Stelle immer noch nicht mal stoppelt. Weil durch die Wärme geht das an die Wurzeln, an die Haarwurzeln, verödet diese. Und somit wird auch langfristig ein Nachwachsen verhindert. Und ich habe absolut schmerzfrei hier Haare entfernt. Ja, gerade die Damen mit den Beinen, mit den Armen komplett. Bei uns Herren ist es vielleicht eher die Brust oder auch der Rücken, der an dem Haar entfernt wird. Und vielleicht hat es der eine oder andere oder die ein oder andere schon mal mit Wachs probiert. Ja, bei Wachs, das ist enorm schmerzhaft. Gibt danach unter Umständen auch noch Entzündungen. Das wissen wir. Oder grobe Pickel. Genauso wie beim Rasieren. Aber hier, das ist ultimativ. Und ich zeige Ihnen dieses Gerät jetzt gern mal. So sieht es aus. Ist batteriebetrieben. Das heißt, ich kann das auch jederzeit überall hin mitnehmen. Mach es so auf. Und hier sehen wir ganz einfach nur zwei Schalter einschalten. Das mache ich jetzt mal. Na, ein bisschen länger drauf bleiben. Kein Problem. Bleiben wir mal drauf. Jetzt ist es an. Und dann sehen wir hier drei Sonnen. Und das sind die Stufen. Und ich schalte jetzt mal auf Level 2 und Level 3. Ich gehe jetzt mal auf die höchste Stufe. Weil ich habe ja... Meine Haare müssen wieder dran glauben. Ich habe lange Haare. Und wenn wir jetzt mal hier hinschauen. Sehen Sie da in der Mitte noch diese Stelle. Da habe ich es das letzte Woche gemacht. Da ist immer noch kein einziges Härchen. Aber ich mache da jetzt einfach mal weiter. Aber vorher möchte ich Ihnen natürlich noch die Technik zeigen. Hier passiert im Moment gar nichts. Ist beleuchtet. Hier haben wir ein Rädchen. Mit dem fahre ich über die Haut. Und sehen Sie, sobald sich das bewegt, wird diese Thermoschiene hier aktiviert. Das heißt, wenn ich ruhig bleibe an einer Stelle, habe ich auch überhaupt keine Gefahr, dass es zu heiß wird. Nur, wenn ich drüber rolle. Sehen Sie das? Und das mache ich jetzt mal. Und zwar, ich habe ja hier schon keine Haare mehr. Moment, ich muss so rüber. Da habe ich schon keine mehr. Jetzt machen wir einfach ein Stückchen weiter oben weiter. Ich setze das an und fahre drüber. Und zwar ganz langsam. Und jetzt habe ich natürlich sehr, sehr lange Haare. Das könnte beim ersten Mal bei Ihnen auch so sein. Aber dann werden die Haare einfach entfernt. Sehen Sie das? Und das komplett schmerzfrei. Natürlich, je längere Haare ich habe, desto länger geht es beim ersten Mal. Aber später haben Sie ja dann irgendwann mal wieder nachwachsende Haare. Also, nur kurz zerstoppeln und dann ist das kein Problem. Sie können übrigens in beide Richtungen. Ich fahre jetzt mal hier. Irgendwann habe ich auch keine Haare mehr auf den Armen, wenn ich dieses Produkt noch ein paar Mal vorführe. So, jetzt sehen wir natürlich bei mir lange Haare. Das heißt, da bleibt auch ein bisschen Rückstand auf der Haut. Aber das ist kein Problem. Dann legen wir das Gerät einfach weg und nehmen eins von den Peeling Pads, die dabei sind, hier. Und dann gehe ich einfach kurz drüber. Danach eincremen. Und dann sehen wir jetzt, wie sagt man so schön, glatt wie ein Kinderpopo. Hier, sehen Sie den Unterschied? Da sind noch meine Haare. So war es gerade hier auch. Hier ist es frei. Und das Ganze wirklich sehr, sehr sanft. Absolut schmerzfrei. In wenigen Minuten natürlich auch erledigt. Und das ist unser, also wirklich ein absolutes Highlight bei uns. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Nicht nur bei der Damenwelt, da natürlich noch bevorzugt, sondern auch bei den Herren. Bei den Damen, das passt ganz einfach ins Handtäschchen. Jederzeit mitnehmen und dann auch mal zwischendrin mal enthaaren oder mal der Freundin ausseihen. Dank dieser wirklich super intelligenten Thermotechnologie funktioniert das prima. Nochmal, so ist überhaupt keine Wärme. Da passiert gar nichts. So, und jetzt haben wir durch das Drehen, also durch das Bewegung auf der Haut. Oh, da war noch ein Herrchen von mir, haben Sie den Rauch gerade gesehen. So, durch das wird diese Thermotechnologie aktiviert. Und jetzt passiert es, dass die Haare weggebrannt werden. Und das in die Tiefe, also auch die Wurzeln werden hier verödet. Und somit ist gewährleistet, dass ich das nicht täglich wieder neu machen muss, weil wieder Stoppeln da sind, sondern dass es eben lang anhaltend ist. Wenn ich fertig bin, einfach ausschalten, wieder einpacken und fertig ist die Laube, sagt man so schön. Und das ist mal Haarentfernung der ganz, ganz intelligenten Art, weil es ist absolut schmerzfrei und es ist unglaublich effektiv. Drei Hitzestufen, das haben Sie gesehen. Einfach schauen, wie lang Ihre Haare sind, dementsprechend eins, zwei oder drei einstellen. Und das ist für beide Geschlechter bestens geeignet. Männer als auch Frauen unser Platz Nummer drei, unser Haarentferner mit Thermotechnologie. Sie sehen die unverbindliche Preisempfehlung, 129,90 Euro. Ich denke, das werden Sie auch derzeit im Einzelhandel mindestens bezahlen. Bei uns gibt es den für 66,41 Euro. Mit der NC 3903 und der 569. Und wir nähern uns der Platz Nummer eins, aber vorher kommt natürlich noch was anderes. Aber Sie haben gesehen, wir haben komplett neue Produkte dieses Mal in der Top 10. Ich bin also wirklich begeistert. Und hier ist er jetzt, Ihr neuer Platz Nummer zwei. Ein absolut professioneller Standmixer. Sowas ist normalerweise im ganz, ganz hohen dreistelligen Bereich zu finden. Also da liegen wir gern mal bei 300, 400 Euro. Denn hier haben wir aller, aller beste Qualität. Und das Beste ist, ganz, ganz einfach zu bedienen. Denn wir haben hier auch für jeden Laien bedienbar sechs vorinstallierte Programme. Für Soßen zum Zerkleinern, für natürlich Eis machen, für Suppen, für Obst oder auch Smoothies. Sie sehen es sehr, sehr übersichtlich. Zeit einstellen, was ich machen will, einstellen und dann einfach loslegen. Ein sehr großzügiger Behälter mit zwei Litern Fassungsvermögen. Und was hier natürlich auch wichtig ist, das ist bei so professionellen Standmixern auch immer wichtig, ist die Leistung. Und hier haben wir starke 1600 Watt. Und das sorgt dafür, dass wir bis zu 33.000 Umdrehungen von diesen Klingen da unten haben können. Und da wird wirklich alles zerkleinert, alles gemixt, alles natürlich gerührt. Und zwar in der Konsistenz, wie ich das will. Bei Soßen anders als bei Smoothies oder Ähnliches. Aber auch mal Eis reinmachen, Eiswürfel, tiefgefrorene Früchte ist hier überhaupt kein Problem bei diesem absoluten Luxusgerät. Und natürlich haben wir auch eine Pulsfunktion, wenn ich die brauche. Und sechs Programme sind voreingestellt. Die Pulsfunktion ist auch wichtig fürs Reinigen. Weil hier, wenn ich etwas drin habe, dann natürlich jederzeit rausnehmen und dann einfach Wasser rein, Pulsfunktion rein. Damit wird wieder alles gründlich gereinigt und wieder auswaschen. Jederzeit auch nachfüllen während des Vorgangs, während des Mischvorgangs. Und wir haben auch noch einen Stopfer mit im Lieferumfang, mit dem ich dann gegebenenfalls auch noch ein klein wenig unterstützen kann. Das ist absolute Profi-Qualität. Hier haben wir auch natürlich auf unserem Messbecher, und den nehme ich jetzt mal weg, eine Messskala. Also hier, das ist allerhochwertigster Kunststoff. Hier noch eine Messskala, damit ich auch immer die Menge weiß. Und dann muss ich ihn nur noch wirklich draufsetzen. Und das geht denkbar einfach. Hier sehen wir das Bedienelement. Ich kann es gar nicht falsch draufmachen. So, drauf und fertig. Jetzt losschalten und dann mixen, zerkleinern, rühren, was immer ich machen muss. Das ist absolute professionelle Qualität, die normalerweise sehr, sehr hochpreisig ist. Sie sehen hier die unverbindliche Preisempfehlung. Klar bei den Leistungsdaten, 329 Euro. Heute zum TV-Sonderpreis. Und da haben schon viele, viele zugeschlagen. Das sieht man natürlich auch an der Platzierung. Platz Nummer zwei. Einfach mal gesunde Sachen machen. Gerade Smoothie ist voll im Trend. Aber eben jetzt nicht nur ein reiner Smoothie-Maker, sondern das ist nur eine von vielen Optionen. Da sehen Sie es nochmal. Einfach einschalten, dann das Programm auswählen, was Sie gerade machen wollen. Da ist natürlich selbstverständlich auch noch eine sehr, sehr ausführliche deutsche Bedienungsanleitung dabei. Und die einfach mal durchlesen. Da werden Sie sehen, dass wir hier ohne Probleme alles machen können. Nochmal. Sie können Eis machen. Sie können Soßen machen. Sie können Obst natürlich zerkleinern. Sie können Suppen machen. Sie können hier Nüsse oder Eiswürfel zerkleinern in die Größe, die Sie möchten. Dank dieser unglaublichen Umdrehung natürlich auch mit 33.000 Umdrehungen pro Minute. Das schafft nicht mal ein Formel-1-Wagen. Da sind wir bei 17.000 oder 18.000 Umdrehungen. Nur, dass Sie da mal einen Anhaltspunkt haben. Das ist ein absolut professionelles Gerät. Steht sicher auf den vier rutschfesten Standfüßen. Und jetzt heißt es einfach nur noch auspacken, loslegen. Hier mit den zehn Geschwindigkeitsstufen, die wir auch natürlich stufenlos regeln können. Zeit einstellen können wir auch. Je nachdem, wie lange das geht. Ein großzügiges Fassungsvermögen haben wir hier von zwei Liter. Und so ist es ein absolutes Haushalts-Highlight. Auch für Sie zu Hause Platz Nummer zwei. Und das absolut zu Recht. Die Bestellnummer, die NC 2406 und die 569. Und der TV-Sonderpreis sensationell 142,41 Euro. Und gerade Smoothies, warum sind die so im Trend? Weil ich könnte Kinder nicht einfacher dazu bringen, so viel Vitamine zu sich zu nehmen. Was ich da rein mache, ob Spinat, Rhabarber, übriges Obst, einfach rein zusammen machen. Ein bisschen Milch dazu. Wenn Sie es ein bisschen süßer haben möchten, machen Sie Vanillezucker noch ein paar Prisen dazu. Und dann werden auch die Kinder genügend, wirklich ausreichend Vitamine zu sich nehmen. Aber das ist natürlich ein Haushaltshelfer, den ich in ganz, ganz vielen Bereichen hier benutzen kann. Wie gesagt, sechs intelligente Programme schon voreingestellt. Ich kann es jederzeit auch manuell bedienen mit 1600 Watt. Die Power, die ich brauche. Und das ist absolut professionell. Hatten wir erst vor kurzem ganz neu vorgestellt. Ist also ganz neu bei uns. Und schon hochgeschossen auf Platz Nummer zwei. Unser professioneller Standmixer. Einmal noch die Bestellnummer NC2406 und die 569 und der Preis 142,41 Euro. Also schlagen auch Sie zu, holen Sie sich Profi-Gerätschaften zum ganz, ganz kleinen Preis nach Hause in Ihren Haushalt. Und dann werden Sie sehen, es macht riesig Spaß damit. Ja, jetzt ist es soweit. Wir kommen zu unserem neuen Platz Nummer eins. Ja, eigentlich nur eine Kleinigkeit, wenn man so optisch hinschaut. Es ist unser neuster Beamer mit technischen Innovationen, die ich mir früher gar nicht vorstellen konnte, dass es das mal geben würde. Wir haben hier einen kleinen kompakten Beamer, den ich also dementsprechend auch jederzeit aufstellen kann, wo immer ich will. Bis zu einer Bildschirmdiagonale von drei Meter dreißig kann ich hier ein sehr, sehr hoch auflösendes Bild an die Wand projizieren. Drei Meter dreißig für die meisten schon die Maximalgröße, die überhaupt geht durch die Räumlichkeiten, in denen man ihn auch stellt. Aber hier kommen wir zu ein paar absoluten Highlights. Erstmal natürlich ist es ein LED-Beamer, also lange Laufzeit. Mit 800 Lumen, sehr leuchtstark, einfach den Raum leicht abdunkeln, dann funktioniert es. Aber früher mussten wir immer noch irgendwelche Zusatzgeräte haben. Das brauchen wir hier überhaupt nicht, weil wir haben erstens mal einen Media-Player drin, den ich jetzt jederzeit hier über diese USB-Steckplätze oder da oben ist ein SD-Schacht, also per SD-Karte oder USB-Stick oder externer Festplatte hier einstecken kann und ohne weiteres Gerät abspielen kann. Natürlich kann ich jede Menge andere Geräte wie eine Playstation, wie ein Receiver, wie Blu-Ray-Player, DVD-Player, alles anschließend per HDMI den Laptop selbstverständlich auch. Für den Laptop haben wir auch noch zusätzlich, falls Ihr Laptop noch nicht HDMI-fähig ist, hier hinten ein VGA-Ausgang, da Eingang. Da drüben haben wir ihn jetzt, da ist er. So, und jetzt kommen wir aber zum ganz Sensationellen. Und das hat mich wirklich fast umgehauen, was hier technisch möglich ist. Wir können den Beamer so irgendwo hinstellen und jetzt ohne Einstecken, ohne Anschließen einfach Filme anschauen. Und das geht über die sensationelle WLAN-Technik. Man nennt das auch DLNA oder Airplay. Man kann hier jetzt zum Beispiel auf die Daten im Laptop, im PC zugreifen über das WLAN-Netz und hat dann die Daten, den Film, den man dort abgespeichert hat, kann ich hier auf diesem Beamer abspielen. Miracast fähig ist er auch. Miracast ist so eine Option bei Smartphones. Bei Apple heißt es Mirroring, also Spiegelung. Das heißt, ich kann jetzt kabellos, kabellos meine Daten, die ich auf dem Handy anschaue oder zeigen will, auf den Beamer übertragen und dementsprechend in dieser Größe darstellen. Wir kennen das alle. Oh, ich habe ein neues Foto gemacht. Plötzlich stehen fünf Leute ums Smartphone. Keiner sieht was, weil einfach der Winkel, das Bild zu klein ist und der Winkel zu schlecht. Dann gehe ich einfach an den Beamer, schalte den ein, mache die Miracast-Funktion bei mir an am Smartphone und übertrage es jetzt auf den Beamer. Jetzt können im Prinzip 500 Leute meine Bilder gleichzeitig anschauen oder auch meine Videos. Andersrum natürlich auch, wenn ich mal ein Filmchen schauen will, ich habe den auf der Festplatte oder ich habe ihn einfach auf dem Rechner bei mir drauf, dann brauche ich keine Kabel zu legen vom Rechner, sondern ich übertrage das mit dieser DLNA-Technik. Sensationell diese Technik, sensationell der Preis für einen Beamer schon allein, für einen ganz normalen Beamer wären 123,41 Euro schon sensationell, aber jetzt Media Player. Ich kann natürlich anschließend per HDMI, per VGA, ich kann ja Sticks einstecken, USB-Sticks, externe Festplatten, ich kann SD-Karten oder Micro-SD-Karten mit dem entsprechenden Adapter dann einstecken. Und das ist für mich Perfektion, wenn es um Beamer geht. Natürlich alle Funktionen, jederzeit auch mit der Fernbedienung einschleppern. Und Sie sehen, die ist sehr, sehr übersichtlich, also einfach zu bedienen. Das ganze Gerät wiegt gerade mal knapp über ein Kilo und ist auch, schauen Sie mal, ein bisschen so groß wie zwei Hände. Das heißt, das passt bei Ihnen, wenn Sie ihn dann mal nicht brauchen, in jede Schublade. Jetzt wird es natürlich einen Grund haben, warum Beamer Platz Nummer eins ist, klar, die Fußball-Europameisterschaft. Viele machen sich ihr Public Viewing jetzt zu Hause und da ist das natürlich eine kostengünstige Alternative. Übrigens müsste noch reichen, wenn Sie jetzt sofort bestellen, jetzt haben wir ja Donnerstag, das heißt übermorgen, Samstagmorgen müsste der DHL-Boote bei Ihnen stehen und Ihnen das Paket überreichen. Dann könnten Sie Samstagabend noch Deutschland gegen Italien auf 3,30 Meter anschauen. Aber auch außerhalb von Sportveranstaltungen, es gibt ja viele, die sagen, Sport, lass mich in Ruhe, mag ich nicht. Aber Filmchen anschauen, Kindergeburtstag, Kinderfilme, auch Festlichkeiten. Wenn man mal so eine Hochzeit, bei der Hochzeit, wenn man so Rückblicke macht oder einen 18. Geburtstag, wenn man mal so Kinderbilder präsentieren will für die ganze Feier, ja für die ganze Festgemeinde, sag ich mal, dann ist das natürlich hervorragend, weil leicht zu transportieren, einfach zu installieren und jetzt natürlich auch diese vielen Abspielmöglichkeiten. Wie gehabt über Kabel, also VGA, HDMI oder über den Media Player, also über Stick oder Festplatte oder SD-Karte und dann natürlich noch über die WLAN-Fähigkeit, also DLNA oder AirPlay und dann auch noch die Daten, die ich auf dem Smartphone habe. Wenn das Smartphone Miracast-fähig ist, also zum Beispiel ab unserem SPX-28 sind alle Miracast-fähig, dass Sie da mal ungefähr Bescheid wissen. Und die neueste Generation, also ich glaube der letzten zwei Jahre, die meisten Smartphones müssten das sein. Gucken Sie einfach mal in Ihrer Beschreibung und dann können Sie eben kabellos auch Ihre Daten hier übertragen. Ja, verdientermaßen Platz Nummer eins, weil technische Innovation, die noch vor zehn Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen wäre, jetzt zum wirklich kleinen Preis. Unser 800-Lumen-Beamer-Kleinkompakt-LED-Technik, das heißt auch eine lange Laufzeit des Leuchtmittels. Wir sprechen hier von 20.000 Stunden, also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, wann denn mal das Leuchtmittel kaputt gehen könnte. Das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil im Vergleich zu den früheren, da war nach 1000 Stunden oftmals zu Ende und dann war allein das Leuchtmittel teurer als bei uns jetzt der ganze Beamer. Deshalb hier auch zuschlagen. Sie sehen auch, unser TV-Sonderpreis nochmal reduziert. Der unverbindliche Preisempfehlung 299,90 Euro und hier liegen wir jetzt bei 123,41 Euro. Und dann kann man sich einfach mal so einen Kinoabend machen zu Hause mit den Kindern, ohne die Kinder, mit Popcorn, ohne Popcorn, das bleibt Ihnen überlassen. Zurückleden, der ist auch schnell installiert, ich muss das nicht stundenlang vorbereiten. Ich kann mal kurzfristig sagen, komm, jetzt bestellen wir uns eine Pizza und gucken mal wieder eine wunderbare DVD oder einen Film aus dem Internet an. Und das Ganze geht alles mit diesem Gerät in unglaublicher Geschwindigkeit, weil er ist ja schnell installiert und auch schnell verbunden. Die Technik, wie das funktioniert, das Verbinden mit dem WLAN, mit dem PC, ist natürlich alles in der deutschen Bedienungsanleitung beschrieben. NX 42,50 Euro und die 569, das ist die Bestellnummer, 123,41 Euro der Preis. Sie sehen, das war unsere Top 10. Viele, viele neue Produkte, faszinierende Produkte drin. Ich hoffe, Sie haben Ihr neues Lieblingsprodukt entdeckt, ob es jetzt für den Haushalt ist, zum Spielen, zum Filmeschauen. Ich denke, heute war wirklich für alle was dabei. Rufen Sie an, holen Sie sich Ihr neues Lieblingsprodukt und dann viel Spaß damit.